Was geht ab, Freunde der Theorien? Ich weiß, ihr lebt meine Theorie-Videos, das sehe ich zumindest an den Klickzahlen und an den Like-Zahlen. Das ist unmöglich! Und deswegen kommt hier auch mal wieder ein Theorie-Video. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich mich bei Update & News schon, ich glaube, zweimal gefragt, warum teilen die uns in Dragon Ball Legends mit, dass Dragon Ball Z Kakarot zusätzlich noch auf der Switch rauskommt. Weil ich bin mir sicher, bei der PS4 stand das nicht. Das weiß ich leider nicht. Und ich glaube fast, das könnte an ihr hier liegen. Weil wir haben ja jetzt schon zwei Charaktere aus Dragon Ball FighterZ bekommen. Die gute C21, die böse C21 und die blaue C21. Keine Ahnung, wie man die beschreiben soll. Das mittlere Ding. Und wir haben aus Dragon Ball Kakarot halt auch Kakarot bekommen. Also ist es doch vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, weil das würde sogar die Ginyophos noch mal erweitern, wenn wir hier die dicke Schwester von, wie heißt der nochmal, Cheese dazunehmen. Oder Cheese, wie auch immer. Du bist doch sonst so genial. Seien wir ehrlich, komm, die hat rote Haut, weiße Haare, die sieht aus wie seine Schwester. Ja, auf jeden Fall könnte ich mir gut vorstellen, dass die Bon Yu, so heißt sie wohl offenbar, auch dabei sein wird. Und sie könnte Freezer-Armee sein. Ginyu Force. Ja, Dragon Ball Z Kakarot als Tag. Eine gute Idee. Ja, das war es eigentlich auch schon im Wesentlichen. Zu ihrem Toolkit kann ich natürlich überhaupt nichts sagen, aber ich finde es natürlich ganz cool, wenn die halt wirklich Ginyu Force noch mal supporten würde. Vielleicht muss die noch nicht mal Freezer-Armee supporten, dafür haben wir ja die ganzen Minions bekommen. Ähm, aber Ginyu Force wäre eigentlich ganz nice. Wir haben den lilanen Ginyu ja jetzt mit einem Senkai bekommen. Was sie für eine Farbe haben könnte, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wenn wir jetzt von dem Kakarot ausgehen, wäre es vielleicht rot. Und der Cheese ist, glaube ich, auch rot. Ja doch, der ist rot. Wenn dann vielleicht noch ein weiterer Ginyu Force-Charakter einen Senkai bekommt, könnte das Team langsam wieder spielbar werden, wenn man es vielleicht für den Anfang mit ein paar Minions kombiniert. Hör da gar nicht zu, er lügt, dass sich sein Schwanz biegt. An sich finde ich es aber mega interessant, dass sie uns halt zeigen, okay, das hier kommt jetzt. Es könnte natürlich auch sein, dass sowas hier vielleicht auch irgendwie mit reinkommt, weil ein Wettkampf zwischen Freunden, das wird so eine neue Sub-Quest sein, weiß man nicht, was das bedeuten soll. Also das Bild, was hier zu sehen ist, ist ja Yadrakoko, also quasi der, der von Freezer zurückgekommen ist. Also aus der Freezer-Saga von Yadra zurückgekommen ist, was aber zu dem Hintergrund nicht passen würde, weil das war ja Wüste und da im Hintergrund sehen wir ja sogar, achso, man sieht meine Maus gerade gar nicht, im Hintergrund hinter Goku sieht man ja sogar, dass da halt Essen steht. Und das war ja im Original nicht so. Also frage ich mich halt, was da sein wird. Das Ganze kommt ja am 24.09. raus, also in knapp so drei Wochen circa. Bin ich mal gespannt, ob da was angekündigt wird, weil es wäre natürlich nice, und wenn vor allen Dingen Bonnius Training wäre vielleicht ein Support-Charakter, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Bin ich mal gespannt, ob da was kommen wird. Was meint ihr? Könnte das sein? Habe ich damit recht? Ist das totaler Nonsens von mir? Oder wie fändet ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und kommt natürlich auch in die Livestreams am Sonntag rein. Von meiner Seite aus war es das. Falls ihr dieses Video als erstes gesehen habt und das Video zu Hakai Topo noch nicht, dann klickt doch mal auf den Link hier oben. Dann kommt ihr da nochmal hin. Ich sage erstmal, bis dann und ciao. Peace und Frieden Denn jeder, der es wagt, den Frieden zu zerstören, wird von hier fortgejagt, kriegt deine Kraft zu spüren. In dir brennt ein Feuer die Power der Dragon Balls.